Herzogin Kate soll das Skandalinterview von Meghan und Harry so getroffen haben, dass sie nun eine eigene Stellungnahme plane. Im Interview hatte Meghan mit einem alten Gerücht aufgeräumt und erklärt, dass Kate sie vor ihrer Hochzeit zum Weinen gebracht habe. Diese Behauptung will aber Herzogin Kate wiederum nicht einfach so auf sich sitzen lassen. Wie ein Royal Insider gegenüber The Express aussagt, soll Kate ein offizielles Statement zum damaligen Vorfall veröffentlichen wollen. Damit würde Kate erstmalig gegen die geltende Regel im Königshaus verstoßen, niemals erklären, niemals beschweren. Denn angeblich nehme Kate die Vorwürfe sehr persönlich und habe das Gefühl, dass sie sich nicht wehren könne. Die Herzogin habe ihr Privatleben bisher äußerst privat gehalten. Umso enttäuschter soll die 39-Jährige nun sein, dass sie solche Schlagzeilen über sich in der Presse lesen müsse.